Nein, nicht Heino! Heino! Und sie bleibt bis früh und viel. Maria, Maria, Maria. Karamell? Aber die Besten sind doch die Marzipan. Kein Problem. Hallo. Das sind ja drei wunderschöne Vornamen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir starten gleich mit dem Backstage-Bericht von DJ Antoine. Yo, People. Oh, das ist scheiße. Leute, ich bin gerade aufgestanden und scheiße, ich bin noch müde. Yes. Mandy! So, guten Morgen, Antoine. Heino. Hast du gut geschlafen oder hast du abgebrochen? Ja, ich musste wieder mal abrechnen um sieben Uhr. Regelmäßig um sieben Uhr muss ich abbrechen, weil mein Backstage hat keinen Sinn mehr. Kommen wir auch gleich zum nächsten Kandidaten, der auch schon sofort wieder gehen darf. Hallo. Den Song habe ich nicht geschrieben. Hast du, hast du geschrieben? Nein, nein. Immer noch so schön. Heino. Heino. Nein, es wird DJ Antoine. Heino, mach mal auf. Du hast ja Diamanten am Bauch gebunden. Was machst du sonst, also Bellydancen und warten auf den Prinz? Ein Prinz? Du wartest doch auf den richtigen, oder? Genau, finde ich schön. Genau. Ja, wie muss der richtige aussehen, so? Nur damit wir mal, wir können ja mal so eine kleine. Ich finde die Antwort. Genau. Ja, ja, dann hast du ihn ja gefunden jetzt. Dankeschön. Ne? Ja, das ist so gut. Ich finde diesen Rhythmus neu. Und sie bleibt bis früh um vier. Ja, und sie auch der Koffer. Dann redest du so Französisch in St. Trabi, oder? Ja, je m'appelle Mr. Vixer, je travaille zu Pasta. Du hast Champagner-Patti. So die Zeit von St. Trabi und von Köln, oder? Und eine für Deutsch and the White. Ja, ja, ja. Ich schaue auch immer Basel und Köln. Das ist toll. Du kommst von Russland. Oh, mein Gott. Shane, machen wir mal hebeneinander. Komm mal zu mir. Du bist Paola. Du wärst aber als Drag-Queen auch ein Hammer, ja? Ja, ich hab auch so ein Drag-Queen. Es gibt von mir Fotos, das Frau verkleidet. So, so, Antoine. Da tun sich aber ganz schöne Abgründe bei dir auf, oder? Baby, don't be shy. Say something. Das ist nix. Also, ich bin heute Morgen um vier extra aufgestanden, weil ich ja Kunst liebe nebenbei. Ja. Und hab bei drei Stunden... Dann hast du ihn singen, oder? Nee, nee, ich hab in Hongkong drei Stunden bei einer Auktion mitgemacht. Und im Hintergrund hatte ich immer diese... Diese asiatischen Geräusche. Und ich erinnere mich ein bisschen an das. Also... Und da gibt's ganz lustige Vögel, auch verrückte Vögel, coole Vögel, super Sänger. Schreckliche Sänger. Wie ihr seht... Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Der Erste hier unten. Ich kam als Letzte und bin der Erste. Schaut mal, Leute. Ich bin hier der Erste hier. Hier ist der Herr Regie. Guten Tag, Antoine. Ich parle le Francais. Ja. Guten Morgen. Und hier ist der Kameramann. Er will mir wieder Fragen stellen. Aber das machen wir jetzt nicht. Oh, der Heino ist hier. Schaut mal, Leute. Guten Morgen. Grüß dich. Hallo. Heino, sag mal, guten Morgen. Hallo. Hier ist übrigens dieser coole Raum. Wie heißt du nochmal? Ich bin Taichi. Taichi. Taichi poliert immer diese Awards hier. Ah, hier. Heinos. Hallo. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Dass ich für ein kleiner Zwerg bin neben dir. Nee, nee. Komm runter. Du kommst nicht aus Deutschland, ne? Nee, ich komm aus der Schweiz. Cool, ich auch. Aber beim Singen hab ich dann schon gedacht. Heilige Maria. Singen, das war wirklich so. Die Schweiz, die stürzt komplett ab jetzt. Können wir solche Schweizer bitte weglassen in Zukunft? Tut mir leid. Da sind ja schon die Guten. Holy shit, was hat die noch mitgebracht? Stefanie, lass dich nicht stressen. Du schleppst ja ein Leben an. Ja. Komm, ich helf dir mal. Wir bringen viel mit. Ja, großer, geh hin. Komm, ich helf dir da mal. Hallo. Hast du was für Essen mitgebracht? Ja. Oh Mann. Karamell. Aber die besten sind doch die Marzipan. Die hat ja... Und Gelb. Nee, ich hab kein Marzipan. Marzipan hast du schon gegessen? Nein, hab ich nicht. Ja, ja. Wenn deine Nähe kommt, ich geb es nicht hinzu. Mein größter Schwachpunkt bist du. Was sind denn das für Videos? Äh, mit Luftballons. Und diese Zöpfchen, das ist ja eher was Jüdisches. Welche Religion gehörst du dann an? Oder hast du da eine eigene Sekte? Weil du da so... Mach das mal nach. Auf den Tisch springen? Soll ich? Ja. Ja, auf den Tisch springen. Warte, geh mal weg, falls der Tisch bricht. Was? Ich würd das so machen. Ja, nee, mach mal so wie er das macht. Ja, ey, das ist schwer, du. Also wenn die Gäste nicht durch den Stern fallen, geht die Tür normalerweise zu. Ja, ja, der Christian glaubt ihm alles. Du drückst mir den Knopf und dann bist du unten. Okay. Ja. Okay, gedrückt. Jetzt kommt er gleich. Nee, aber so hoch kann es doch gar nicht sein. Das schönste im Leben ist doch, wenn man weiß, man darf ausschlafen. Ja, eben. Ein Schwan! Arbeiten! So, ich muss wieder arbeiten, bis nachher. Also, tschüss! Du hast mich wenigstens vermisst. Ja, ich hab dich vermisst. Ja, ich hab dich vermisst. Die haben mich gar nicht vermisst. Ah, da haben wir ein paar netten Damen, Backstage. Ey, 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 ey. Da haben wir ein bisschen Champagne getrunken. Die Mandy hat doch viel gewartet jetzt. Ja, ich merk, sie vermisst mich richtig. Zeigt mir immer ihren Rücken. Die will gar nicht mit mir reden. Ein schöner Rücken kann auch... Die Laune bei der Jury ist super. Und bei den Kandidaten... Hola, chica! Oh, wow! Was sagst du dazu, Antoine? Hätte ich auf 52 geschätzt? Nein, so alt auch nicht. Ja, aber es sieht schon ein bisschen hells aus. Nur ein bisschen! Ein Jahr oder so. Kennst du doch auch nicht. Ich hab so Pornonamen gestellt. Welche von den drei Titeln sind keine Pornonamen? Dann hab ich gemacht. Ist es A, Harry Popper oder die Kammer des Schleckens? Ist es C, Atemstoß durch die Nacht? Oder ist es D, Aufschloss Bums klappern die Nüsse? Wieso weiß man das, wenn man so wie Pornon schaut? Das waren unsere lustigsten Momente von DJ Antoine bei dem DSDS-Casting. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, hinterlasst uns ein Abo und links und rechts findet ihr nochmal zu unseren letzten Videos. Bis zum nächsten Mal, eure DJ Antoine Fanbase!